So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und der Ramses war mal wieder im Netto und da hat er was hier sehen. Was hat man denn schon lange nicht mehr gehabt? Genau, Chips! Ihr hört es schon, Chips sind am Start und da hab ich was gesehen, die Netto-Eigenmarke Clarkies. Die haut ja manchmal richtig gute Stacks raus und richtig gute Sachen. Jetzt hab ich was aber gesehen. Flavors of the World! Klingt schon wie meine Buffer, der einen Wrestler ansagt, ist es aber nicht, sind nur Chips. Und da hab ich drei Sorten für euch, die wollen wir uns heute mal angucken. Boom! Da ist nämlich schon die erste, wie gesagt, von der Firma Clarkies. Enjoy the taste! 30 Prozent, da werdet ihr jetzt denken, oh mein Gott, dann seht euch die Tüte aus, so misshandelt wie die aussieht. Ist es auch kein Wunder, dass die keiner kauft, dass die reduziert ist, ist aber sogar noch haltbar, nämlich bis 9, 12, 19. Also die sind nicht über die Zeit, die werden nur einfach nicht gekauft, weil sie aussehen, als hätte man da mit Fußball gespielt, gell? Fußball! Das also jetzt hier Flavors of the World mit Mexican Salsa Style Kartoffelchips. Sieht ja ganz gut aus, Mexican, hier mit den Kakteen im Hintergrund und ein bisschen, ja, Pulver, was geht ab? Die wollen wir jetzt mal aufmachen und mal probieren, wie die schmecken und dann vergleichen wir mit den anderen zwei Sorten. Da haben wir also die Tüte, Mexican Salsa Style. Clarkies eigentlich eine recht gute Marke, also wenn es günstig sein soll, trotzdem schmecken soll, kann man gerne mal zu Clarkies greifen. Hier habt ihr also Mexican Salsa Style, ihr seht, die sind teilweise auch schon einfach kaputt. So, jetzt probieren wir mal einen hier. Nein, Adi, das ist nicht für dich, dann kriegst du wieder Durchfall. Geh mal weg. Adi! Also ich muss sagen, die haben so eine leichte Ketchupnote, schmecken im Prinzip wie so Ketchup, Sticks Ketchup, Pommes, Pombär Ketchup gibt es ja auch. Haben so einen ähnlichen Geschmack, nur dass sie noch ein bisschen brennen hinterher. Also scharfe Salsa Style Chips schmecken trotzdem ein bisschen muffig. Würde ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag kaufen und jeden Tag in mich reinstopfen. Der erste Kandidat, also nicht so krass überzeugend. Vielleicht liegt es auch daran, dass die keiner kauft, weil die nicht schmecken. Und bisher hat eigentlich immer alles geschmeckt, aber heute sind wir mal ehrlich und direkt. Also die Mexican Salsa, nicht so krass. Lassen wir mal hier. Boom! Packung 2, wieder mal von Clarkies. Enjoy the taste. Flavers of the World mit India-Paprika-Curry-Style-Kartoffelchips. Wieder hier der Pot. Da seht ihr wenigstens noch eine Paprika und hier eine Zwiebel. Ne, es ist Knoblauch. Knoblauch bestimmt. Wieder dieses typische Currypulver. Zwei Chips, die übrigens anders angeordnet sind, als auf der anderen Packung. Die auch haltbar, auch bis 9, 12, 19. Die werden wir jetzt auch mal aufmachen. Sieht auf jeden Fall anders aus. Typisch rot. Rote Kartoffelchips kennt man ja. Hier habt ihr so eine lila Packung. Die stickt auf jeden Fall erstmal ins Auge. Hier seht ihr nochmal die Packung dazu. Ist auf jeden Fall ein Blickfang. Und ist schön, wenn man die alle drei nebeneinander hat zum Sammeln. Die riechen auf jeden Fall besser, sage ich mal. Riech nochmal in die anderen. Ja, die anderen, die haben auch, wenn man in die Tüte riecht, haben die auch schon so einen muffigen Geruch. Die riechen auf jeden Fall würziger. Ja, und da kommt auch schon die Currynote beim Riechen durch. Curry also sowieso eine gute Sache bei Chips. Guck mal. Jetzt probieren wir natürlich hier ein. Wenn der Adi weg ist, suchen wir uns wieder mal was raus. Das ist ein kleiner. Wir wollen aber mehr. Wir greifen nochmal richtig rein. Hm. Die sind auf jeden Fall besser. Ja, die überzeugen mich jetzt schon. Da würde ich gerne auch noch ein paar Naschen. Also auf jeden Fall Mexican-Salsa. Nicht so krass. India-Paprika. Curry-Style. Der mundet mir mehr. Der sieht auch besser aus. Der sticht aus der Masse heraus. Aber das war immer noch nicht alles. Wir haben noch eine dritte Variante. Und darauf freue ich mich am meisten. Zack. Asia-Coconut-Curry-Style. Wieder von Klagis. Wieder 30%. Wieder Flappers of the World. Und hier habt ihr diesmal. Was ist denn das? Ginseng oder was? Und hier in einer richtig schön grünen Asia-Type. Die sind auch bis... Ne, die sind sogar nur bis 2.12. Oh mein Gott. Die müssen schnell weg. Aber Kokosnuss und Curry. Das ist also was ganz Besonderes. Passt aber schön dazu, wenn man die neben die anderen stellt. So in eine Reihe. Und der Adi ist auch schon am Start. Adi, nicht jetzt. Geh doch mal aufs Klo oder so. Mach doch mal was Wichtiges. So, der dritte im Bunde. Einmal auf. Erst wieder riechen. Uh. Und die riechen richtig exotisch. Das kann ich gar nicht beschreiben, wie die riechen. Wir fischen uns mal einen raus und probieren den. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ich weiß nicht. Das müssen wir mal noch eine Hand voll reinpacken. Kokosnuss-Curry. Die auf jeden Fall sehr speziell. Also ich glaube, das ist nicht für jeden. Das ist bestimmt für jeden, wenn die Leute sowieso alles in sich reinstopfen. Das ist für Leute mit Geschmack. Und das ist für Leute, die gerne mal Neues probieren. Ich könnte nicht sagen, dass die gut sind. Ich kann auch nicht sagen, dass die schlecht sind. Die sind so eigen. Das ist so eine Gratwanderung zwischen Ekel und Interesse. Die haben also, ihr schmeckt das Kokos raus. Gleichzeitig haben die auch irgendwie die die würzigste, prägnanteste Note auf der Zunge. Die machen eigentlich richtig was her. Wer natürlich diesen Kokosgeschmack nicht abkann, dem rate ich davon ab. Trotzdem habe ich Bock, noch mehr davon zu essen. Deshalb denke ich mal, haben die auch einen guten Platz. Die lecker, die besonders, die für die Tonne, die braucht man gar nicht. Die kommen gleich weg hier. Die Adi, die kriegst du. Das auf jeden Fall. Wenn ihr die mal seht, vielleicht gibt es die noch eine Zeit im Netto. Checkt die mal ab. Testet die mal. Welche sind euer Favorit? Asia Kokosnuss, India Paprika Curry oder eben Mexican Salsa Style. Das war es von meiner Seite aus. Ihr seht, es gibt immer wieder neue Sachen zu entdecken. Leider kriege ich keine Werbung mehr irgendwie. Erst habe ich die mal weggeschmissen. Jetzt, wo ich denke, guck doch lieber mal in die Werbung rein. Da findest du immer attraktive Sachen. Habe ich keine mehr im Postrohr. Leider Gottes. Aber schön, Augen auf, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr mal was Besonderes seht, könnt ihr mir auch Bescheid sagen. Dann werde ich das auch mal überprüfen, auch mal testen. Werden wir demnächst auch wieder mal essen gehen. Immer wenn wir Burger sehen, dicke Burger im Restaurant, wird ja sowieso getestet. Auf jeden Fall interessant. Flavors of the World von Clarkies. Außen netto. Geht mal hin, checkt es mal ab und schreibt mal euren Favorit. Oder wenn ihr es nicht probieren könnt, was ihr aber gerne probieren würdet oder was ihr denkt. Welches davon wohl euer Liebling ist, schreibt es mal in die Kommentare. Ich gönne mir noch ein paar Kokosnüsse aus der Tüte. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Romsus. 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 Euer Romsus.